Willkommen bei BILDNER TV. Ich kann aus vielen Programmen Daten exportieren und sie dann in Excel hineinladen. Leider ist es häufig so, dass zum Beispiel Datumsangaben nicht richtig formatiert sind oder zum Beispiel auch nur als einzelne Werte, nämlich als einzelne Tage, einzelne Monate, einzelne Jahresangaben vorhanden sind. Ich brauche aber in Excel ein ganzes Datum. Nun, auch dafür stellt mir Excel genügend Funktionen zur Verfügung. Ich zeige euch, wie das Ganze heute geht. Hallo, ich bin der Andi und ihr seid bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja, ihr habt jetzt ja in Excel schon sehr viele Datums- und Uhrzeitmöglichkeiten zur Formatierung, zum Rechnen und auch Funktionen kennengelernt. Und im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr aus einem Datum zum Beispiel den Tag, den Monat und das Jahr herausziehen könnt. Ihr findet übrigens all die Videos bei uns in der Playlist. Ja, und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das Ganze andersherum funktioniert. Ich habe irgendwelche Datumsangaben oder einfach nur Tages-, Monats-, Jahresangaben und ich möchte aus denen wieder ein vollständiges Datum oder eine Uhrzeit basteln. Auch dafür stellt mir Excel-Funktionen zur Verfügung. Ihr könnt das Ganze übrigens auch nachlesen, nämlich wenn ihr auf www.bildnerverlag.de geht, dann gebt einfach dort in die Suche einfach Excel ein und dann findet ihr all unsere Excel-Bücher und die Grundlagen findet ihr in Excel 2019 Stufe 1 Grundlagen. Auch das, was wir heute machen, wollt ihr ein bisschen mehr ins Detail gehen, dann schaut euch die Stufe 2 an. Ja, und ich wechsle jetzt gleich mal in mein Excel hinein und jetzt habe ich hier einzelne Angaben. Ich habe den Tag angegeben, ich habe den Monat angegeben, ich habe das Jahr angegeben. Jetzt brauche ich aber aus diesen Angaben wieder ein vollständiges Datum. Ja, und genauso heißt auch die Funktion, die heißt einfach Datum. Ich hole mir, das gab es jetzt mal mit dem Funktionsassistenten. Der Funktionsassistent, ich wähle alle aus, ich zoome ein bisschen näher ran, klicke hier unten rein und suche mir Datum. Und OK. Und jetzt seht ihr, wird hier noch Jahr, Monat und Tag gefragt. Ja, und die Angaben haben wir ja hier. Das Jahr ist diese Angabe hier. Mein Monat ist die Zelle C4 und B4 ist der Tag. Und jetzt wird aus diesen drei Angaben wieder ein komplettes Datum zusammengestellt mit OK bestätigen. Und schon steht hier das richtige Datum. Falls übrigens hier etwas anderes stehen sollte, also ihr habt zum Beispiel so eine Angabe, dass hier auf einmal Euro stehen oder noch eine Zahl, denkt immer dran, ihr braucht das Ganze nur wieder als Datum zu formatieren und schon stimmt es wieder. Also ich formatiere es wieder als Datum. Ja, jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ist ja ganz schön, aber brauche ich das wirklich irgendwo? Wann habe ich mal die Verlegenheit, dass ich jetzt aus solchen Daten mir wieder ein Datum zusammenbasteln muss? Nun, das kann natürlich sein, weil ihr vorher mal ein Datum zerlegt habt und dann in euren Berechnungen das irgendwo wieder zusammensetzen müsst. Warum auch immer. Aber was denke ich schon immer wieder vorkommt, ist, dass ihr Daten aus einem anderen Programm exportiert. Ihr habt zum Beispiel euer Kundenmanagement-System, euer CM-System und aus dem exportiert ihr einfach mal zum Beispiel eure Kunden und vielleicht ihren Geburtstage oder irgendwelche Bestelldaten. Und es ist ja nicht immer ganz einheitlich gehalten, wie die Daten formatiert sind. Kommt auch darauf an, zum Beispiel ihr arbeitet in einer internationalen Firma, jetzt sind die Daten in eher amerikanischer Schreibweise formatiert und beim Export werden sie einfach anders dargestellt, sodass sie Excel einfach nicht als Datum interpretieren kann. Auch das kann natürlich vorkommen. Ich habe hier mal so ein Beispiel, das können wir uns mal anschauen. Also ihr seht, ich habe hier so Exportdaten. Es kann durchaus häufiger vorkommen, dass die Exportdaten auch einzeln aufgeschlüsselt sind, so wie hier in Tage, Monate, Jahre. Dann habe ich sie ja ganz einfach. Dann muss ich einfach nur die Funktion anwenden, wie ich sie euch gerade gezeigt habe. Ja, aber wenn ich sie jetzt so habe wie hier. Ja, auch da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Da habe ich euch gezeigt, wie ihr solche Daten schön aufteilen könnt. Auch das findet ihr in der Playlist. Und das Ganze funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr markiert einfach nur die Daten, die ihr jetzt aufteilen wollt. Ich hätte jetzt hier gern das Jahr einzeln. Dann ist das zweite, so wie es aussieht, wohl der Tag. Und dann erst hinten steht der Monat. Ja, dann gehe ich oben auf das Register Daten. Und da habt ihr den Punkt Text in Spalten. Ich klicke das Ganze mal an. Und zoome ein bisschen näher ran. Dann habt ihr dieses Fenster. Ja, und dann muss ich sagen, ich möchte jetzt hier meine Daten, die da drin stehen, trennen. Ja, die sind getrennt und zwar durch besondere Zeichen wie Kommas oder Tab-Stops. Und wenn wir schauen, in meinem Fall wäre das hier der Bindestrich. Dann klicke ich auf Weiter. Ja, und jetzt muss ich eben angeben, was ist das Trendzeichen. Und weil ich es vorher schon mal ausprobiert habe, stand das hier schon drinnen. Normalerweise fragt er nach Tab-Stop als Trendzeichen oder eben Punkt, Komma oder Komma. Ja, ich kann ihm aber auch andere Trendzeichen angeben. Dann klicke ich einfach auf Andere und schreibe einfach hier den Bindestrich hinein. Und ihr seht hier unten in der Datenvorschau, wie ihr mir die Daten aufteilt. Und ihr seht, ich habe die jetzt schön aufgeteilt in mein Jahr, dann in den Tag und dann hier in den Monat. Ich könnte jetzt gleich auf Fertig stellen. Wenn ihr noch auf Weiter klickt, habt ihr noch ein paar zusätzliche Angaben. Ihr könnt zum Beispiel, dass das Format Standard sein soll oder Text oder ein Datum. In dem Fall lasse ich einfach Standard, denn das Datum erzeuge ich erst später. Ich klicke auf Fertig stellen. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, jetzt ist das Ganze sofort aufgeteilt worden. Ihr seht, meine ursprüngliche Angabe ist weg. Und ich habe jetzt hier schön mein Jahr und hier den Tag und hier den Monat. So, Entschuldigung, ich bin ein bisschen weggerutscht. Ja, und da kann ich jetzt wieder schön mit der Funktion, die ich euch gerade gezeigt habe, ein Datum daraus erzeugen lassen. Also, die Funktion, ich schreibe sie diesmal von Hand, ist gleich Datum, Klammer auf. Und wenn ihr die von Hand schreibt, dann achtet mal hier unten auf diese Hilfe, die ihr hier unten seht. Da steht nämlich auch schön, was jetzt als erstes erwartet wird. Und da wird als erstes das Jahr erwartet. Also, hier das Jahr. Dann kommt das nächste Argument in meiner Funktion, also Strichpunkt. Dann wird der Monat erwartet. Der steht hier. Und als letztes wird der Tag erwartet. Ich bin fertig, Klammer zu. Und mit Enter bestätigen. Ja, und schon habe ich aus meinem exportierten Kauderwelsch, den ich aufgeteilt habe, habe ich jetzt wieder ein vernünftiges Datum erzeugt. Ich lasse das Ganze noch nach unten ausfüllen. Und schon habe ich entsprechend meine Angaben. Also, ihr habt gesehen, so kann ich schön aus einzelnen Werten wieder ein Datum erzeugen. Und analog funktioniert es genauso mit der Uhrzeit. Ich kann auch aus einzelnen Stunden, Minuten, Sekundenangaben wieder eine Uhrzeitangabe zusammenbasteln. Auch das möchte ich euch noch kurz zeigen. Ihr habt also zum Beispiel die Stunden. Ich habe acht Stunden. Und Minuten habe ich zwölf. Und daraus wollt ihr wieder eine komplette Zeitangabe basteln. Ja, dazu heißt die Funktion einfach Zeit. Ihr findet übrigens diese ganzen Funktionen auch, wenn ihr oben auf die Registerkarte Formeln geht. Jetzt nehme ich mal näher ran. Und bei Formeln findet ihr extra einen Punkt Datum und Uhrzeit. Und wenn ihr da draufklickt, findet ihr alle wichtigen Datums- und Uhrzeitfunktionen. Und hier habt ihr zum Beispiel die Funktion Datum mit einer kleinen Beschreibung. Und wenn ich ganz runterblätter, findet ihr unten auch die Funktion Zeit. Ja, ich wende sie schnell an. Ich mache es wieder von Hand. Ist gleich Zeit. Klammer auf. Er will zuerst die Stunde haben. Die haben wir hier. Dann will er die Minuten haben. Und als letztes Argument möchte er die Sekunden haben. Ich habe allerdings hier keine Sekunden. Ich muss sie ihm aber angeben. Also erstmal wieder Strichpunkt für das nächste Argument. Und entweder ich würde jetzt die Zelle anklicken, wo die Sekunden drin stehen. Oder da ich keine Sekunden habe, ist der Wert einfach 0. Schreibe ich die 0 hinein 0 Sekunden. Ja, Klammer zu. Und mit Enter bestätigen. Und ihr seht, ich habe jetzt hier eine Uhrzeitangabe. Im Moment mit AM. Also mit amerikanischem Uhrzeitformat. Aber das Ganze kann ich ja schnell korrigieren. Nehme ich das Ganze anklicken. Und bei Start, hier bei meinen Formatierungen, einfach nur Zeit auswähle. Jetzt hätte ich mit Sekundenangabe oder eben bei Benutzer definiert oder Uhrzeit mir entsprechend aussuche, was ich denn gerne hätte. So, also jetzt habe ich das Ganze umformatiert. Und ihr seht, ich habe aus einzelnen Stunden, Minuten, Sekunden wieder eine Uhrzeit gebastelt. Ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Oder wenn ihr nette Anwendungsbeispiele habt, auch da bin ich dankbar, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Die Community arbeitet ja auch ganz gut zusammen, sodass man da ein paar gute Ideen zusammentragen kann. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video. Auch da werden wir uns noch ein bisschen weiter mit den Datums- und Uhrzeitfunktionen beschäftigen. Abonniert uns, dann verpasst ihr uns nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann bei BILDNER TV. Das BILDNER TV. Abonniert uns, dann- Untertitelung des ZDF, 2020